Herzlich Willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Alles Geld der Welt von Ridley Scott. Bevor wir auf den Fall Kevin Spacey zu sprechen kommen, zunächst zum Inhalt, denn es gibt da eine gewisse Parallele. 1973 wird in Italien ein Enkelsohn von John Progetti entführt, des damals reichsten Mannes der Welt. Die Entführer gehören zur Mafia, sie fordern 17 Millionen Dollar Lösegeld. Für den durch Ölgeschäfte reich gewordenen Getty eigentlich ein Pappenstiel, doch es gibt da einige Probleme. Zunächst einmal ist der Entführte der Sohn des verstoßenen Getty-Sohnes, der im Gegensatz zu seinem disziplinierten Vater irgendwie im Drogensumpf zu ertrinken scheint. Die Mutter des Entführungsopfer hat sich längst losgesagt von ihrem Mann, sie lebte in bescheidenen Verhältnissen. Keinen Pfennig hat sie vom Vermögen ihres Schwiegervaters erhalten, ihr war nur wichtig, dass sie das Sorgerecht für ihren Sohn bekommt. Zwar hatte der alte Getty früher einen relativ guten Draht zu seinem Enkel, aber jetzt tut das nichts zur Sache. Getty ist nicht bereit, das Lösegeld zu zahlen. Erst glaubt er, naja, es ist vielleicht gar keine richtige Entführung, dann sagt er, naja, wenn er jetzt dem nachgibt, dann kommen irgendwelche Nachahmer, das will man ja auch nicht. Auch der Ex-CIA-Mann Fletcher, den Mark Wahlberg spielt, kann wenig ausrichten. Er soll im Auftrag von Getty zwar der Mutter helfen und irgendwie mit den Entführern verhandeln, doch dabei bloß keinen einzigen Dollar herausrücken. Denn, das sehen wir, Getty ist chronisch geizig. In einer Szene ist das sehr schön. Er hat ein riesiges Anwesen und in dem Anwesen befindet sich eine Telefonzelle. Wenn Gäste mal telefonieren wollen, dann sollen sie doch bitte eine Münze einwerfen. Selbst als die Entführer dem 16-jährigen Paul ein Ohr abschneiden und es mit der Post schicken, wird Getty nicht weich. Er könne sich das im Augenblick einfach nicht leisten, da die ökonomische Sicherheit gehe nun mal vor. Als Fletcher ihn dann fragt, wie viel Geld er denn noch brauche, um sich sicher zu fühlen, antwortete er einfach, mehr. Es ist eine wahre, hochspannende Geschichte, die alles Geld der Welt erzählt. Doch Ridley Scott merkt gar nicht, was für einen hochkarätigen Diamanten er da vor sich hat. Unsere erste Reaktion ist natürlich, für das Leben eines Menschen ist doch kein Preis zu hoch. Und gerade, wenn es um die Familie geht, dann würde man doch alles tun, alles hergeben, um den Enkel zu retten. Diese Geschichten erzählt Hollywood ja immer wieder. Auch dieser Film tut das mit dem Blick auf die Mutter, die Michelle Williams spielt. Sie scheint scheinbar selbstlos ihren Sohn retten zu wollen. Scheinbar selbstlos? Nun, wir sollten, um Getty zu verstehen und die Makel des Films zu begreifen, uns Gettys Denkweise einen Moment aneignen. Für diesen Mann hat alles einen Preis. Alles unterliegt einer Kosten-Nutzen-Abwägung. Auch das Familiäre. Ist es nur die Privatneurose eines verrückten Reichen? Keineswegs. 1992 erhielt Gary S. Becker den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Jahrzehntelang arbeitete Becker daran, das gesamte menschliche Verhalten ökonomisch zu erklären. Und daraus wurde dann sein berühmtes Buch »Ökonomische Erklärung menschlichen Verhaltens«. In diesem Klassiker überträgt er den ökonomischen Ansatz auf Rassismus, Kriminalität, Gesundheit, Ehe, Fruchtbarkeit, Familie. Nicht nur wählen Menschen ihre Ehepartner nach einer Kosten-Nutzen-Rechnung aus, sondern auch der Kinderwunsch ist dieser Rechnung unterworfen. Becker macht klar, die Liebe ist natürlich in gewisser Weise irrational und ist es doch wieder nicht. Also natürlich heiraten nicht einfach Bankkonten einander. Der Nutzen oder die Kosten können auch woanders liegen. In der Jugend, der Schönheit, Intelligenz, Status. Wer seinen Beruf hinten anstellt, um eine Liebe zu verwirklichen, handelt nicht unbedingt unökonomisch. Er setzt nur die Prioritäten anders. Der Nutzen der romantischen Liebe überwiegt dann die ökonomischen Einbußen. Nach Becker wäre das Verhalten der Mutter des Entführungsopfers nicht unökonomisch. Für sie zählt der Sohn halt einfach mehr als gewisse Geldbeträge. Genau anders ist es beim alten Getty. Diesem scheint es gar nicht so wichtig zu sein, ob der Enkel gerettet wird oder nicht. Wichtig ist für ihn, dass er keinen einzigen Dollar verliert. Die Totalität von Beckers Theorie ist sicherlich recht irre. Doch sie lässt uns klarer auf den Konflikt des Films blicken. Über Kinder schreibt Becker und man muss sich diese Sätze auf der Zunge zergehen lassen. Die Qualität der Kinder hängt unmittelbar mit den für sie getätigten Ausgaben zusammen. Jede Familie muss ihre eigenen Kinder produzieren. Da Kinder nicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Aus diesem Grunde schafft jede Unsicherheit in der Produktion von Kindern, etwa deren Geschlecht, eine entsprechende Unsicherheit im Konsum. Kinder werden als ein langlebiges Gut, vornehmlich als langlebiges Konsumgut betrachtet, das den Eltern Einkommen, vornehmlich psychisches Einkommen einbringt. Und das ist der Kern von Getys Philosophie, wenn man so will. Sie beschrieben wird nämlich hier tatsächlich genau, was Getty denkt. Waren seine Ölinvestitionen auf Dauer gewinnbringend, hatte er seinen Reichtum dann in langlebige Konsumgüter verwandelt, nämlich vorwiegend in Kunst, ist das ihm mit seiner Familie, mit seinem Sohn nicht geglückt. Der Kontrollmensch Getty konnte die unsicheren Faktoren nicht bändigen. Kein Vater kann das. Es ist immer möglich, dass sich das Konsumgut Kind irgendwie enttäuschend entwickelt. Deshalb scheint Getty auch die Investition in Form von Lösegeld für seinen Enkel relativ sinnlos. Was, wenn sich diese Millionen hinterher gar nicht auszahlen? Was, wenn der Enkel am Ende doch nur ein Depp ist? Mit uns absurd erscheinenden Verträgen mit der Mutter will er dann das Risiko möglichst minimal halten. Weil Ridley Scott in seinem Film aber eher einen emotionalen Ansatz verfolgt, steht er ratlos vor diesem erschreckend rationalen Ansatz. Dem Film fehlt die Kälte, um seiner kalten Figur Herr zu werden. Becker schreibt an einer Stelle noch etwas ganz Spannendes. Nämlich, da heißt es, es gibt auch einige Gründe, die dafür sprechen, dass die Anschaffung von Kindern stärker dazu tendiert, aufgeschoben zu werden. Kinder können beispielsweise weder gekauft noch verkauft werden und sie sind daher ein weniger liquider Besitz als gewöhnliche langlebige Konsumgüter, zum Beispiel Autos oder so. Die ökonomische Ungewissheit, die mit einer Depression verbunden ist, erhöht aber die Präferenz der Gesellschaft für liquide Vermögenswerte. Klar, weil man die jederzeit wieder loswerden kann. Das ist Gettys Hauptproblem, weil eine Familie, weil Kinder, Enkel nicht hinreichend liquide sind, wird er sie nicht los. Immer wieder stören sie seine Geschäfte. Anders als mit Kindern und Enkeln ist es mit Schauspielern. Sie können jederzeit eingekauft, das heißt besetzt, und wieder verkauft, das heißt entlassen werden. Man kann sie sogar nachträglich aus einem Film schneiden und sie gegen gewisse Mehrkosten durch andere Schauspieler ersetzen. Was Gettys nicht kann, das kann aber Ridley Scott. Indem er Kevin Spacey durch Christopher Plummer ersetzen ließ, im offiziellen Prospekt zum Film, wird Scott nämlich dann zitiert. Ridley Scott sagt an einer Stelle, Nun, übersetzt heißt es, die Kosten, die Kevin Spacey verursachen könnte, in dem Zuschauer wegbleiben könnte, sind zu hoch, sodass man lieber in Plummer investiert, weil das sehr nützlich sein könnte. Und es rentiert sich ja, Plummer ist für einen Oscar nominiert. Weiter heißt es dann in der Pressenotiz, Es kam also zu dieser Neubesetzung. Dem fertigen Produkt, so viel darf vorweggenommen werden, hat das nicht geschadet. Ganz im Gegenteil, nicht nur fügen sich die neuen Einstellungen absolut unmerklich in das vorhandene Material, es spricht auch einiges dafür, dass der knorrige Plummer dem echten John Paul Getty deutlich näher kommt, als der hinter einer Maske kaum noch erkennbare Spacey. Nun, das künstlerische Argument, das hier angeführt wird, ist ja nun wirklich scheinheilig. Also, das hätte man ja vorher wissen können. Warum hat man da nicht gleich Plummer besetzt? Damals wählte man Spacey wiederum auch nur aus ökonomischen Gründen aus. Seit House of Cards ist er populärer, er ist der wertvollere Star. Durch den Fall Spacey hat alles Geld der Welt nun einen interessanten doppelten Boden erhalten, den aber sein Macher entweder nicht sieht oder leugnet, weil er nicht sehen kann, weil er nicht sehen will.